Für den BVB geht es diese Saison um nichts mehr. Die Meisterschaft feierte mal wieder der FC Bayern. Platz 2 ist für Schwarz-Gelb so gut wie sicher. Die letzten drei Bundesligaspiele haben also keine wirkliche Brisanz mehr für Dortmund. Das Saison-Fazit ernüchternd. Um dann tatsächlich sagen zu können, wir wollen hierher fahren und am 31. Spieltag so eine richtige Meisterschlacht draus machen. Dafür haben wir einfach zu viel liegen lassen und zu viele Gegentore bekommen, zu viele individuelle Fehler. In Dortmund hat die Aufarbeitung der Saison sicherlich schon lange begonnen. Grund genug, schon mal Revue passieren zu lassen. Auch wenn im ersten Jahr unter Coach Marco Rose einiges schief ging, gab es auch einige Glanzlichter und Durchstarter. Allen voran Gregor Kobel. Die Nummer 1 im BVB-Kasten musste zwar viel zu oft hinter sich greifen, Der Schweizer hat trotzdem dafür gesorgt, dass es dieses Jahr keine Torhüter-Diskussion in Dortmund gab. Er war von Anfang an Rückhalt und Lautsprecher auf dem Platz. Genau wie Jude Bellingham. In seinem zweiten Jahr beim BVB zeigte er wie gewohnt konstant gute Leistungen und hat sich mit immer noch erst 18 Jahren zum absoluten Führungsspieler und Aggressive Leader entwickelt. Auch die Entwicklung von Marius Wolf zeigt nach oben. Kurz vor Transferschluss im Sommer gab es noch Gerüchte um einen Abgang. Inzwischen findet sich der Außenstürmer aber regelmäßig in der Startelf wieder. Besonders seine Flexibilität weiß Coach Rose zu schätzen. Ein absolutes Highlight war der Auftritt von Youngstar Tom Rote. Der 17-Jährige durfte gleich bei seinem Bundesliga-Debüt von Anfang an ran und machte dann auch gleich noch sein Debüt-Tor und ist damit der jüngste Spieler, der in seinem ersten Bundesliga-Spiel getroffen hat. Trotz titelloser Saison gab es also einige Höhepunkte beim BVB. Auch wenn Trainer Marco Rose das anders sieht. Wir hatten eigentlich für mich als Trainer gefühlt, neu in Dortmund, nur ein Highlight-Spiel. Das war letztes Wochenende gegen Wolfsburg. Volles Stadion, tolles Wetter, überragende Kulisse, klasse Spiel von der Mannschaft. Wir waren alle in der Einheit. Und davon brauchen wir nächstes Jahr mehr und daran müssen wir arbeiten. Vor allem muss der BVB aber wohl an seiner Konstanz arbeiten, um dem FC Bayern im nächsten Jahr endlich mal wieder gefährlich zu werden. from theestoien 1. Wir wollen um qualche Morgen ins hatch. Und dann haben wir gerade ein wenigitelicksictionario. Zumuit ein goat是 aus derangleión. Das war das Verwahnerei-Stadion. Wir capiteln sieht cloud-Conkern. Wir Challenge cumplen ти, ��요 começa ins Jahr unsere sch Excel-Pandon. Irgendwie war nicht im ersten Jahr. Er kommt wieder so ein aver bem swoim. Aber da muss mal 2 zu sein.